Kann ich jetzt behaupten, ich bin in einem Pflegeberuf und Politiker müssten für mich klatschen? Naja, vielleicht bin ich auch einfach nur ein bisschen verrückt. Und ja, das interessiert mich nicht. Keine Ahnung, was mich reitet, aber ich spiele jetzt eine Runde Nurse. Mal schauen. Ich habe eigentlich eine ganze schnuckelige Map, muss ich sagen. Da! Schade. Hätte ja sein können. Okay, wo sind die denn gespawnt, Alter? Ach, kommt schon. Ist doch nicht euer Ernst. Die sind alle zusammen, ne? Oh mein Gott, ja. Es sind mindestens zwei, drei Leute da gespawnt. Das waren drei Leute. Uff, Alter, das sackt. Ja, Dwight, ich weiß, du hast einen kleinen Schwanz. Einfach nur wow. Ja, du willst auch? Chase me, please, heißt du? Das war doch Dead White, ne? Renn einfach auf sie zu. Big stun. Huge stun. Na, was machst du? Du Popel, Alter. Schade, das kommt wohl nicht in deine YouTube-Montage. Okay, jetzt haben wir ein bisschen Ausgleich. Der zweite Gen geht gleich hoch. Ja, 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 ja. Erwartbar. Okay, da ist ein Jeff. Wenn ich den jage, verliere ich die ganze Pressure. Nee, ich nehme mir den Haken. Ist okay. Ist okay. Mal gucken, wie wir Druck machen können. Indem wir sich schnell downen, aber ich und die Nurse... Ach, ich dachte, der braucht ein bisschen länger, Alter. Erster strammste Schenkel von Mexiko. Warte mal. Da geht die Mech. Jeff ist noch hier. Hm. Paletten bedeutet Sicherheit. Ja, du, du, du. Hättest du... Also stell dir einfach vor, du hättest nicht zu mir gepointet und wärst stattdessen weggerannt und hättest Distanz aufgebaut. Stell dir das einfach vor. Boah, ich weiß, unglaublich. Ja, wenn die, äh, an den Gents komplett durchziehen, dann nützt mir Ruin und an Dying auch gar nichts. Ich dachte erst, es war ein Pebble, aber da wirklich eine Person. Wahrscheinlich die Mech. Ich will so ein bisschen den Dwight loswerden, wenn ich ehrlich bin. Ja, der macht's mir aber auch ein bisschen leicht, indem der immer auf mich zurennt. Ich muss einfach ein Stückchen weiter, äh, also ein bisschen kürzer blinken. Von dem krieg ich jetzt wahrscheinlich die S ab, aber... Wow. Ja, gegen den Nurse ist halt so eine Sache, ne? Der DS hätte jetzt echt gekostet, Alter. Da hat man, da hat man jetzt Glück. Der hat keinen. Vermutlich. Oder er hat's gefailt, aber glaube ich nicht. Oh mein Gott, ich hab den Blink verkackt, Alter. Ey, aber als Survivor hasse ich, wenn das passiert. Da komm ich mir immer so verarscht vor. Oh. Nice. Jeff. Ich sehe dich. Du bist auch verwundet. Wir ziehen durch. Ja, die haben einen Sloppy Butcher. Ich hab keinen Zana. Deswegen. Ui. Der Jender wird gemacht. Dead Hard. Ich weiß nicht, ob das richtig war. Ich glaube, ich hätte ihn auch so nicht getroffen. Es war ganz knapp. In die Tür. Erwartbar. Jo, gegen, also... Wirklich Survivor, die... Okay, das ist eine Option. Die ein paar hundert Stunden mehr gegen den Nurse gespielt haben. Da würde das, glaube ich, nicht funktionieren. Oh, scheiße. Ja, es war klar. Der war super weit. Okay, ich seh mal dann der Palette. Ich hör's, die Mac. Oh. Ne, er. Hier waren zwei Leute. Alright. Das klappt nicht. Oh, wow. Er ist tot am Haken. Ach, komm schon. Ich hasse Auto-Aim. Ich würde das so gerne deaktivieren können. Ich hab keinen Blink mehr. Oh, ach so. Ach, so ist das. Nice. Den Dwight kriegen wir schon noch. Ah, dich wollte ich jetzt eigentlich gerade nicht. Okay, Megan. Komm her. Wir zwei beiden. Ich mach halt gut Damage im Team so, also... Dead Hard. Ne, das war Dead Hard. Oh mein Gott. Well played. Ja, sehr gut. Sehr gut, Megan. Ich würde ja sagen, dass die Runde für mich ganz gut läuft, aber... Zumindest der Dwight zum Beispiel, der... Der macht's mir halt relativ leicht. Indem er... Er zurückkommt auf mich zu. Statt die Distanz zu nutzen. Das war ziemlich klar. Schade. Halt... Ich habe unglaublich große Probleme. Also nicht nur ich, sondern... Wahrscheinlich auch viele Nurse-Spieler. Oder Spieler, wenn sie Nurse spielen halt, ne? Ja, das war's. Mit Leuten, die einfach Distanz aufbauen. Jeden Fehler ausnutzen, jeden Blink, um weiter von dir wegzukommen. Einfach Finger auf den W-Knopf und weiterlaufen. Weiter, weiter, weiter. So lang wie möglich. So weit weg wie möglich. Da hinterher zu kommen, Alter. Wenn du da noch Line of Sidebreaker dazwischen hast. Schade. Ich dachte, hier werden zwei. Das war eine Gott-Palette, Mann. Das war eine absolute Premium-Palette. Oh, Scheiße. Ich hab nicht... Wow. Ich hab nicht erwartet, dass er sich da einfach dran pflanzt. Was auch immer das soll. Ich wusste, dass jemand an meinem Totem ist. Du hast doch kein Deadheart, ne? Du hast kein DS, kein Deadheart. Wow. Der hat nach einfach so ein bisschen dann doch relativ dicke Eier, Alter. Wenn er sich Chase-Me nennt. Gut. Dead. Trotzdem. Gestorben. Sounds like an Elodie. Ui. Quack. Oh mein Gott. Ich hab's voll gesehen. Ich wollte noch drauf reagieren. Dammit. Gut gemacht. Gut gemacht. Gut gemacht. Gut gemacht. Gut gemacht. Die wartet hier, ha? Ah, verdammt. Ja. Ah, ich hab's vergessen. Ich hasse es, wenn das passiert. Ich wollte nach unten blinken, weil... Ich dann weniger weit teleportiere, wisst ihr? Ja, jetzt ist die über alle Berge. Warte mal. Scratch-Marks, Scratch-Marks. Hier. Ja. Ah, jemand da in der Werkstatt. Wir müssen da hinten sein. Oh, hier. Ach, komm schon. Okay, er ist weg. Sowas muss halt sitzen, Alter. Okay, sie war gar nicht da. Sie hat gar nicht gebartet. That's good. Ah, ne, 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 ne. Ne, 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 ne. Wenn ich jetzt weggehe, dann... ...wär der Jeff zurückgegangen zum Jam. Das wusste ich. Oh mein Gott. Lol. Das war ein guter Fake. Fake. Ohne Scherz jetzt. Das war sehr gut, Alter. Stand ja da einfach in der Brüstung. Das war gut gemacht. Hätte ich weiter geblinkt, aber... ...zum Glück konnte ich ihn ganz gut abfangen. Na, die Mac ist natürlich wieder da. Den Jenning fertig gemacht. Yo, die spielen aber als Team... ...alle zusammen ganz gut. Jetzt hab ich hier aber beide. Das ist... Ach, komm schon. Ich hasse dieses Aim-Dressing. Ich hasse es einfach. Kann ich das bitte alles ausmachen? Oh, das war großzügig, glaub ich. Okay, ich tu jetzt so, als würde ich ihr nach. Aber stattdessen... ...ge ich zum Mac. Yes. Mit der Spitze. Okay, sie hat noch Dead Hard, wir wissen. Oder auch nicht. Sie hat's nicht eingesetzt. Wenn, dann hat sie echt... ...sogar fast noch dickere Eier als der Dwight. Ja, jetzt... ...hätte ich eigentlich warten müssen... ...und hätte ich spaten können. Aber... ...ich glaube... ...du hast hier jetzt nichts mehr, was für dich abgeht, Schätzelein. Die Frage ist... ...guckt die Elodie jetzt nach der Hedge, oder... ...ist sie wieder am Jen? Ich blick mal in die Richtung... ...weil die wusste ja nicht, wie der Chase ja ausgeht... ...oder wie lang's dauert, von daher... ...die ist verwundet. Oh mein Gott. Äh... ...ja, das wird nicht zurückfeuern. Warum tust du das? Du musst mir genau deine Position verraten. Damn it! Wie weit kommt sie nicht? Geht da rein. In die Mitte blinken... ...gucken, wo sie hingeht... ...und dann... ...drauf reagieren. So langsam... Also... ...das ist halt die Schwierigkeit. Aber... ...das ist halt der Punkt, den man üben muss. Weil dann... ...egal in welche Richtung sie geht... ...du hast immer noch deinen zweiten Blink, um... ...nachzukommen. Das heißt, sie entkommt dir ja an sich nicht. Ja, wo die Falte ist? Keine Ahnung, Schätzchen. Es hätte ja auch sein können, dass sie direkt... ...also... ...zuerst habe ich gedacht, sie macht vielleicht noch den Gen... ...und springt dann rein in das Ding, aber... ...war nicht. Kriege ich das ja noch? Ja! Knapp! Okay. So... GG? Well played! Ja, war ein schönes Game. Hat mir Spaß gemacht. Hat mir wirklich Fun gemacht. Das war cool. Jo. 30k Punkte. Genau! Das ist ja krass. Äh... Original Build. Jo, machen wir jetzt... ...Pirkshaming? Oder was? Ist das jetzt so Next Level? Ich habe Tinkerer vergessen. Tinkerer auf der Nose. Die kreischt wie ein Fingernagel über der Tafel. Ja, das ist natürlich... ...das ist natürlich sehr smart. Ich glaube, mir läuft mein Gehirn gerade aus den Ohren. Sie kann sehr schnell reisen! Checkt die nicht, dass es den Screech nicht unterdrückt? Ja, whatever. Du hättest doch einfach GG sagen und, äh... ...verlassen können. Achso. Ja, 30.100 Punkte. Das war doch von der Palette. Krass. Witz. Hätte ich dir mal nichts verbrochen. Äh... Okay, liebe Leute. Dankeschön fürs Zuschauen. Haut rein. Macht's gut. Dankeschön.